Weil wir kreativ sind. Weil wir Ideen haben. Und weil wir Spaß haben. Weil wir uns hier auskennen. Weil wir Tempo und Schwung reinbringen. Weil wir wissen, was uns gefällt. Weil wir Verantwortung tragen. Weil wir Verantwortung tragen. Weil wir den Überblick haben. Weil wir eine andere Perspektive haben. Weil wir die Zukunft sind. Weil wir wir sind. Weil, ja, weil halt. Weil wir die Zukunft sind. Max, komm.